Sonst wäre das jetzt aktuell nicht so ein Thema, sag ich mal. Und es sind halt auch wirklich, ja, durch die Bank alle möglichen Unternehmen betroffen. Und auch Privatleute, sei es jetzt, sag ich mal, von der normalen Hausfrau, die ihren PC nutzt, um mal ein bisschen im Internet zu surfen, von Jugendlichen bis hin zu ganz großen Unternehmen, Mittelständler natürlich auch, aber auch ganz kleine Unternehmen. Und das ist ja eben genau der Punkt, deswegen machen wir hier auch diese Präsentation, um genau diese kleinen Unternehmen auch abzuholen mit Informationen und zu sagen, okay, so könnt ihr euch schützen. Mit möglichst wenig finanziellem Aufwand natürlich, das ist immer bei so kleinen Unternehmen auch immer ganz wichtig. Man muss allerdings auch bedenken, was bedeutet das, wenn ich meine ganzen Daten verliere, wegen so einer Ransomware. Ständig wechselnde Verbreitungsmechanismen, also das geht von Mail über Dropbox, also Cloud-Hoster, One-Click-Hoster, bis hin zu eigenen Servern oder gekaberten Servern. Eigene sind es ja nicht natürlich. Das sind meistens gekaberte Web-Server, auf denen die Dateien dann liegen. Also das ändert sich ständig. Und nicht nur die Verbreitung, sondern auch der Trojaner an sich, wie schon oben beschrieben. Neue Varianten, damit eben der Virenschutz nicht immer mitkommt. Intelligentere Angriffe über Social Engineering sind jetzt auch ein Thema. Wir haben darüber ja berichtet, ich habe es ja eingangs erwähnt. Petya ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Ich werde dann kurz nochmal auf das Social Engineering eingehen. Also wie täusche ich Leute und überzeuge die davon, auf diese Datei zu klicken, diese Datei auszuführen. Und da brauche ich natürlich Social Engineering, damit eben der normale Anwender da Vertrauen in diese Mail hat und sagt, ach, was soll denn schon passieren und klickt dann da drauf. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Mittlerweile werden auch Scanner und Drucker benutzt oder dann zum Beispiel auch Absenderadressen aus dem eigenen Unternehmen, um eben vorzutäuschen, dass es ein vertrauenswürdiger Absender ist. Aber da gehe ich dann näher nochmal darauf ein, im Laufe der Präsentation, wie man sich vor solchen Social Engineering Geschichten schützen kann. Da gibt es auch diverse Möglichkeiten. Übrigens hier sieht man jetzt an der Seite mal diesen Petya, diese Petya Ransomware, wie das dann aussehen würde, wenn die Festplatte verschlüsselt ist. Und da sieht man auch ganz schön, man bekommt einen Entschlüsselungscode und da muss man dann auf eine Seite im Darknet zugreifen. Also das ist so ein abgeschottetes Netz über das Tor-Netzwerk. Und da kann man dann über Bitcoins seinen Rechner wieder freischalten. Geschäftsmodell der Hacker funktioniert, funktioniert wunderbar. Also es gibt immer mehr, die bezahlen. Auch Stadtverwaltungen waren mittlerweile dabei, große Unternehmen, natürlich Privatleute, ganz klar. Und immer mehr Leute kaufen sich ihren Rechner da wieder frei oder auch ihren...